Ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen, ne? Warte mal. Nicht, dass man noch meinen Arschloch sieht. Warte, ein Moment. So, Moment. Also, ein Purzelbaum. Okay, ein Purzelbaum. Sieht man das? Ach, Mann, jetzt schmiert das von unten. Ich kipp dir nie gleich eine Kopfnuss. Weißt du das? Berrecht mich der scheiß Stein auf. Oh. Oh, Junge. Alter. Oh, Junge. Ne, warum hab ich... Warum hab ich das gemacht? Hallo, Freunde. Wenn euch der Clip gefallen hat, könnt ihr gerne hier unten ein kostenloses Abo da lassen. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Dort gibt's dann immer Livestreams. Vielen Dank und bis bald. Alles klar. Natürlich. personnes mi auch